Weißt du, was deine Webseite ist? Deine Webseite ist eigentlich nichts anderes als eine große Geschichte. Es gibt einen Anfang, einen starken Mittelteil und einen guten Schluss. Wenn du also sogenanntes On-Site-Storytelling perfekt hinbekommen hast auf deiner Website, auf deiner Landingpage, in deinem Online-Shop, dann wirst du sehen, wirst du dort Abschlussraten erzielen und Begeisterung auslösen und du wirst aus interessenten Kunden machen. Und wie wir das machen, das verrate ich dir, dann kannst du es nämlich direkt nachmachen. Komm mal mit zum Computer und dann zeige ich dir das und lass mir mal über die Schulter gucken, wenn wir Geschichten auf Webseiten erzählen. Bis gleich. Ich gebe dir jetzt in aller Kürze das Rezept, mit dem du auf deiner Webseite so gutes Storytelling betreibst, dass aus interessenten Kunden werden. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn deine Webseite jeden Tag verlässlich, selbst wenn du schläfst, Anfragen generiert, Abverkäufe generiert, zum Beispiel in deinem Online-Shop und genau das tut, was du möchtest. Das ist bei uns so bei Geschichten, die verkaufen.de. Deswegen zeige ich es dir heute mal anhand unserer Webseite. Das ist aber auch bei Kunden so, zum Beispiel bei Kevin. Kevin ist ein Coach für Gesundheitsdienstleister und hat unfassbar gute Ergebnisse. Dem haben wir die Webseite überarbeitet und von einer Anfrage in der Woche konnte der sein Anfragevolumen auf drei Anfragen pro Tag steigern, weil Menschen jetzt endlich das da drin sehen in der Webseite, was er möchte, dass sie sehen. Und da haben wir genau die gleichen Schritte gemacht, die ich dir hier zeigen werde. Und da kannst du dir schon das Beste von rausholen. Wenn wir da tiefer einsteigen sollen, dann melde dich gerne bei Geschichten, die verkaufen.de. Wir haben eine 30-minütige kostenfreie Strategie-Session, die wir anbieten. Da kannst du mit uns und unserem Team sprechen. Und wir gehen genau darauf ein, wo deine Webseite noch richtig Potenzial hat und wo du im Storytelling noch mal viel besser werden kannst, damit du auch endlich die Anfragen bekommst, die du willst. Also legen wir mal los. Das ist unsere Webseite. Das ist der Header. So nennt man das. Das ist das sogenannte Above the Fold. Alles, was du siehst, ohne zu scrollen. Und das ist der wichtigste Part, weil hier haben die Menschen in 16 Sekunden ein Informationsbedürfnis und da muss alles draufstehen, was sie brauchen, damit sie überhaupt anfangen zu scrollen. Weil 70 Prozent der Menschen scrollen überhaupt gar nicht. Die machen hier die Webseite auf, finden nicht das, was sie suchen und sind weg. So, und was haben wir da drauf? Wir haben Geschichten, die verkaufen. Das ist ein klarer Claim. Wir erzählen Geschichten, die verkaufen und du kannst es hier lernen. Du kriegst hier mehr Kunden und Umsatz durch effektive Storytelling und Content Marketing. Ist ein ganz klares Versprechen. Und darunter steht, das ist der Wettbewerbsvorteil für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte im Bereich Marketing und Vertrieb. Warum schreiben wir das da hin? Damit Menschen genau wissen, dass sie hier richtig sind. Weil das checken die. Die wollen wissen, was bekomme ich hier? Nämlich mehr Kunden und Umsatz. Wodurch? Storytelling und Content Marketing. Ist das was für mich? Ja. Wenn ich Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft bin. Check. Dann wissen die sofort, hier bin ich richtig. Dann sehen die auch noch zwei Gesichter und Augen. Weil Menschen suchen auf Websites immer sofort nach Augen. Die wollen irgendwo sich festhalten dran. Die wollen nicht nur Logos sehen. Die wollen irgendwas Menschliches sehen. Emotionen. Und da haben wir natürlich uns beide draufgepackt. Den Bernhard und mich. Und die Leute sehen uns und können uns in die Augen gucken und sehen sofort, perfekt, da steckt echtes menschliches Fleisch dahinter. Und dann sieht man auch noch, Bernhard und Uwe sind bekannt aus der Süddeutschen Zeitung, Business Punk und so weiter und so fort. Das gibt uns Vertrauen. Und dann tun wir gleich da unten eine starke Aussage hin. Nämlich Sichtbarkeit ist die neue Währung. Und wer jetzt nicht mehr wissen will, der passt tatsächlich wahrscheinlich nicht zu uns. Und wenn du aber hier schon weißt, dass du zu uns passt, kannst du hier direkt dieses kostenfreie Beratungsgespräch ausmachen, von dem ich dir gerade erzählt habe. Aber wer noch nicht überzeugt ist, der fängt an zu scrollen. So, es geht hier um eine fundierte Fort- und Weiterbildung für Business Storytelling und Content Marketing. Hier sind wieder die beiden Typen. Hier wird kurz beschrieben, was du bei uns bekommst. Jetzt kannst du dir in Ruhe mal durchlesen. Ich will mehr so heute auf die Struktur mit dir eingehen. Die Story und die Struktur. Also hier oben, klares Versprechen. Wie machen wir es? Für wen machen wir es? Das sind die journalistischen W-Fragen. Wer, wie, was, warum, wo und wann? Das sind die Typen. Das sind die Protagonisten. Andere Menschen finden die auch gut. Die sind nämlich bekannt aus anderen Medien. Jetzt habe ich Lust, mich näher darauf einzulassen. Hier nutzen wir wieder Vertrauen, weil wir Mitglied sind im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Das heißt, Menschen in einem Business-Kontext verstehen, dass sie hier richtig sind. Und hier sieht man dann gleich, das ist unser Inhouse-Zertifikat. Das haben wir sehr hochwertig aufbereitet. Wenn du bei uns rauskommst, bist du zertifizierter Content-Marketing und Business-Storytelling-Experte. Jetzt gehen wir wieder in die Versprechen. Werbeausgaben senken, gleichzeitig mehr Kunden gewinnen. Jetzt geben wir dir Informationen. Jetzt füttern wir dich mit Input. Drei von vier Kaufentscheidungen werden von digitalen Inhalten beeinflusst. Und deswegen ist es so wichtig, die Webseite perfekt zu haben. Weil die Menschen, die bei dir aufschlagen, haben schon 70 Prozent der Informationsarbeit geleistet. Die wissen schon fast alles. Wenn die bei dir anrufen oder sich wirklich melden, dann haben die ihre Recherche gemacht. Die Frage ist nur, was gibst du ihnen, was sie recherchieren können? Und im besten Fall ist das natürlich auf den Punkt und perfekt und beantwortet alle Fragen. Jetzt bauen wir wieder ein. Diese Marken vertrauen Bernhard und Uwe. Da sind große Sender dabei, weil ich mal Fernsehproduzent war. Der Bernhard kommt auch vom Fernsehen, aus der Geschäftsführung vom Deutschen Sportfernsehen. Ich selber habe große Shows mit Joko und Klaas produziert, den Fernsehpreis, den Grimme-Preis gewonnen, mit Sylvester Stallone für Netflix produziert. Und das erzählen wir dir hier auch. Jetzt kommt die Vorstellung, wer sind die beiden? Das ist der Bernhard, das ist der Uwe. Da kann man ein bisschen lesen. Und wenn du bei uns bist, bist du in bester Gesellschaft, weil wir nicht nur mit mega großen, fancy Brands zusammenarbeiten, wie Daimler und O7, sondern auch mit ganz normalen Menschen, mit Teilnehmern. Und die kannst du hier sehen und hier kannst du sie auch lesen. Da kommt die Bestätigung. Jetzt brauchst du vom Storytelling eine Bestätigung, weil man sagt immer, einmal ist Glück, zweimal ist Zufall, dreimal ist ein Beweis. Und wir haben jetzt schon dreimal, siehst du, Apps, also haben wir so Logos gebracht. Wir haben hier oben, zeige ich dir nochmal, einmal hier Logo-Leiste 1. Hier haben wir nochmal Logos. Dann haben wir hier aber eine große Logo-Leiste 2 und hier Logo-Leiste 3. Und dann kommen noch weitere Testimonials. Und da hat der Zuschauer das Gefühl, ich verstehe, es ist nicht nur eine einmalige Lösung, die sie haben. Und nicht nur eine Person haben sie geholfen, sondern vielen Menschen, vielen Firmen, vielen Einzelpersonen, die alle begeistert sind. Dann erklären wir, wie das abläuft. Was bekommst du bei uns? Dann bringen wir wieder Teilnehmer mit begeisterten Stimmen und zwar diesmal in der Videoform. Weil manche Menschen wollen gerne lesen, manche wollen gerne hören. Deswegen haben wir auch einen Podcast, der oben verlinkt ist. Manche wollen lieber ein Video sehen. Jetzt kannst du dir den Sascha angucken oder die Anne, die Geschäftsführerin ist aus dem IT-Bereich. Oder aber der Christian, der ist Unternehmer und Dozent. Oder eben die Katie, die ist Einzelcoach sozusagen, Podcasterin, Unternehmerin, ist jetzt auch bei uns im Team, bei uns bei Geschichten, die verkaufen, unterstützt uns im Bereich Copywriting und Sales. Guck dir die auch gerne an. Aber auch den Jörg. Dann bringen wir nochmal die ganzen Benefits. Was ist drin für dich? Weil das ist das, was der Zuschauer sich fragt. What's in for me? Der will kurz wissen, wer sind wir? Deswegen stellen wir uns vor. Solltest du auch auf deiner Website tun. Und dann immer wieder in die Außensicht. Was hat der Kunde davon? Mehr Umsatz durch höhere Sichtbarkeit. Du musst dich nicht mehr verkaufen und du bekommst bei uns ein Netzwerk aus tollen Unternehmern und Führungskräften, wo du ein Teil von bist. Eine Community, mit der wir uns natürlich auch jährlich treffen, regelmäßig auf ein großes Event hier in München mit 150 Menschen. Die goldene Feder, unser eigenes Event. Und da bringen wir die alle auch im echten Leben zusammen. So, dann schreiben wir noch, für wen das geeignet ist. Da kannst du reinschreiben bei dir auf der Webseite. Du bist bei mir richtig im Grunde genommen, wenn du tak, tak, tak bist. Damit kannst du Leute aussortieren und auch Anfragen wegdrücken, die nie zu dir gepasst hätten. Und das ist genauso wichtig, wie, dass du die Leute reinholst. Weil du willst ja nicht nur mehr Anfragen haben, sondern von den richtigen Menschen. Und deswegen auch hier unten beantworten wir die FAQs. Was ist das? Warum? Für welche Branche? Kann ich mit dem Wissen eigenes Business aufbauen? Wie viel Zeit muss ich investieren? Und was auch immer. Und unten wieder ein abschließender Call to Action. Und da ist es ganz wichtig reinzuschreiben, jetzt. Weil Menschen tun nur das, was du ihnen sagst im Internet. Du musst ihnen sagen, was soll ich tun? Wann soll ich es tun? Also jetzt anfragen. Und schon hast du eine funktionierende Webseite. Da können wir noch viel tiefer einsteigen, um auch wie bei Kevin, das Ganze von einmal die Woche auf dreimal am Tag hoch zu pushen. Wenn du wissen willst, wie deine Webseite noch sehr viel performanter wird und all das tut, was du dir wünschst, dann melde dich unter geschichten.dieverkaufen.de. Drück auf einen dieser Buttons und dann machst du einen Termin mit uns aus und wir zeigen dir das mal live auf deiner Webseite, wo du noch was rausholen kannst. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao.